Traunsee Schifffahrt von Gmunden nach Traunkirch. Werte Gäste, im Namen der Traunsee Schifffahrt begrüße ich Sie recht herzlich auf unserem Salonschiff Karl Eder zu einer Traunsee-Rumfahrt. Während dieser Fahrt möchte ich Ihnen die Eigenheiten des Sees und die angrenzende Berg zu 1.000 Einwohner. Auch hier gibt es einige Sehenswürdigkeiten, z.B. ein Dreifaltigkeits-Altar von Thomas Schwandaler in der Stadtverkirche Gmunden oder das einzige Keramik-Glockenspiegel. Fahrt unter den Traunstein. Traunkirchen mit der Geißwand leicht rechts dahinter und links der Sonnstein. Besteigung des Kalvarienbergs von Traunkirchen. Besteigung des Kalvarie Gmunden Dersalscherchen Besteigung des Kalvarienbergs Besteigung des Kalvarienbergs Die Hauptkapelle Kalvarienberg. Der Zellerweg parallel zur Straße. Nach der Abzweigung geht es zu den Gipfeln hinauf. Die Abzweigung geht es zu den Gipfeln. Die Abzweigung geht es zu den Gipfeln. Die Abzweigung links zum Ballstein ist mit einem grünen Schild markiert. Es geht links am Grat vor zum Aussichtspunkt Ballstein. Die Abzweigung geht es zu den Gipfeln. 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 Blick zum Traunstein. Der Steig auf die Geißwand. Beachte links oben der Gipfeln. Die Abzweigung geht es zu den Gipfeln. Die Abzweigung geht es zu den Gipfeln. Blick zurück, Klosteranlage Traunkirchen. Wir fahren mit dem Raddampfer Gisela zurück nach Gmonden. Nachdem mit dem Raddampfer Gisela bauten werden. Wie lange sind es���iert? Die Level darken, die Abzweigung 짧 gef 승iere oder die Aufmerksamkeit ist weiter. In Stand hmm. Die Abzweigung ska sich benötig,